Hallo und herzlich willkommen zurück bei Motivationskick28. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Hallo und herzlich willkommen zum Motivationskick bei Einfach Lebensfroh. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute gibt's die Ugly Truth. Heute können wir nix mehr mit Zucker überziehen. Heute habe ich dir echt was zu sagen. Eine Wahrheit, glaube ich, die nicht schön ist, die schmerzhaft sein kann und die ich dir viel zu lange, glaube ich, verheimlicht habe. Ich habe es einfach vergessen und bin in den letzten Tagen immer mehr darauf gestoßen. Es geht um die Entscheidung. Und draufgekommen bin ich über die Überlegungen, die ich selber in den letzten Tagen und Wochen angestellt habe. Als ich mir die Frage gestellt habe, warum, Alex, hat es 2011 plötzlich mit dem Sport geklappt? Bis dahin war ich ja, das weißt du vielleicht, eine absolute Couch-Potato. Sport kam für mich nur in Frage, wenn es darum ging, wirklich abzunehmen. Dann war hier Alex ganz groß am Laufen, am Laufen und am Laufen und nichts anderes habe ich gemacht. Und sobald das Zeichen auf der Waage wieder gestimmt hat und das Kleidchen wieder gepasst hat, dann war damit auch wieder Schluss. Warum also habe ich 2011 plötzlich so anders damit umgehen können? Warum zum Teufel konnte ich dranbleiben? Das war für mich schon klar. Und doch musste ich, glaube ich, in den letzten Wochen einfach noch mal ein bisschen tiefer graben, um nach der Lösung dafür zu finden. Und die magst du vielleicht heute gar nicht richtig hören. Und ich könnte mir vorstellen, dass du in dem Moment, wo ich dir diese Ausreden vorstelle, ich habe keine Zeit, die Kinder, die fordern alles von mir. Ich bin völlig kaputt nach der Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie, wann, wo ich anfangen soll. Naja, das hat die letzten Male nicht geklappt. Warum soll es dieses Mal klappen? Und, und, und. Dann sagst du, ja klar, genau, das ist es, was mir im Weg steht. Und ich sage, nein, das ist nicht das, was dir im Weg steht. Halt dich fest, setz dich hin, fahr rechts ran, wenn du mit dem Auto unterwegs bist oder halte dir die Ohren zu, wenn du es nicht hören magst. Es ist nicht das Problem, dass du keine Zeit hast. Es ist nicht das Problem, dass die Kinder so viel von dir fordern. Ich komme gleich zum Punkt, keine Panik. Tief durchatmen. Es ist auch nicht das Problem, dass du völlig kaputt von der Arbeit nach Hause kommst. Das sind nur Vorwände. Das, was dir im Moment im Weg steht, um dran zu bleiben, das ist deine Entscheidung. Das ist es, es ist mir. Tatsächlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Sagt man das überhaupt so? Ja, ihr wisst schon, ich bin mit dem Sprichwort gedönst, nicht ganz so fit. Auf jeden Fall ist es mir so klar geworden, in dem Moment, wo ich mich 2011 dafür entschieden habe, meinen Körper verändern zu wollen, in dem Moment, wo ich mich davor 2011 dafür entschieden habe, und zwar ganz aktiv mit allem, was dazugehört, meine Ehe zu retten, fiel es mir leicht. Hatte ich keine Zweifel daran, ran mehr dran zu bleiben. Und jetzt kommen erst die Probleme. Ja, natürlich ist Zeitmanagement, ist Stress, ist mangelnde Motivation, innerer Antrieb, der innere Schweinehund überhaupt irgendwie anzufangen. Oder Knieschmerzen, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Verspannungen. Natürlich sind das alles erstmal Herausforderungen. Natürlich sind das Schwierigkeiten, die du dann meistern musst. Aber, wenn du die praktisch schon in deinem Kopf vorher zerdenkst, verpasst du den aller, allerersten Schritt, die Entscheidung. Wenn du zu 100% entschieden bist, das zu verändern, wird sich über die Zeit, nicht sofort und nicht über Nacht, dein Leben verändern. Aber es wird sich verändern und du wirst für dich Wege finden, vielleicht ein bisschen Sport zu machen, dein ein bisschen mehr, dein ein bisschen gesünder zu essen, dein ein bisschen mehr und schließlich für dich den Weg gehen zu können, den du dir schon immer gewünscht hast. Aber du musst dich schon dafür entscheiden, drauf zu warten und zu hoffen, naja, es wird schon alles irgendwann kommen. Das ist wie ein Harry Potter Buch lesen und irgendwelche Zaubersprüche lernen. Das ist auch nicht wirklich realistisch. Wenn ihr meine Tochter fragt, dann schon, aber die zählt hier nicht. Nein. Es ist tatsächlich meine Bereitschaft, all in zu gehen. Das bedeutet nicht, dass das von Anfang an perfekt laufen darf. Hey, also ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man all in geht und es gar nicht funktioniert. Wenn man nach gefühlten Einviertel Liegestützen völlig erledigt, kaputt und ohne Kraft in den Armen auf dem Boden zusammenbricht und sich fragt, wie soll ich irgendwann mal in meinem Leben Liegestütze schaffen? Es bedeutet, dass ich daran arbeite und mich meinen Herausforderungen stelle, für mich einen Weg finde, die zu lösen. Nicht sofort, nicht gleich, sondern langsam Schritt für Schritt. Das kann dann auch bedeuten, dass ich, wenn ich Sport treiben möchte, dass die vier Minuten einmal in der Woche mein Commitment am Anfang sind. Und das ist nicht, die fünfmal die Woche eine Stunde Ausdauertraining sind. Ja, aber das ist der nächste Schritt. Zuallererst muss ich mich, vielleicht sogar für mich, entscheiden. Und für mich entscheiden bedeutet, was will ich? Wie soll zum Beispiel mein Leben in einem Jahr aussehen? Wie möchte ich mich darin fühlen? Und wie bereitwillig bin ich, jetzt das zu tun? Auf einer Skala von 1 bis 10, wie bereitwillig bist du gerade, mehr Sport zu treiben? Wenn das dein Ziel ist, wie bereitwillig bist du gerade, auf einer Skala von 1 bis 10, gesünder zu essen? Wie bereitwillig bist du gerade, den Blick auf dich selber zu verändern? Wenn du sagst, naja, so eine 8, 9, 10, bei mir tatsächlich war es, glaube ich, eine 12. Ich hatte gar keine andere Option. Es gab nur, ich bleibe auf meiner bequemen Couch und meine ganze Welt bricht zusammen. Oder ich gehe all in. Mit all den Herausforderungen, denen ich mich dann stellen muss. Und das ist nicht einfach. Das gebe ich zu. Zu 100%. Das ist ein Weg mit Höhen und Tiefen. Das ist ein emotionaler Rollercoaster. Das ist wie auf der Achterbahn. Aber die Entscheidung, das ist das Einsteigen in den Rollercoaster. Und das kannst nur du tun. Niemand anderer. Ein konkretes Beispiel möchte ich dir direkt jetzt noch vorstellen. Es ist einer der wundervollen Podcast-Hörer, und Hörerinnen. Dieser jemand ist gerade auf seiner Mission 99 und du weißt jetzt, dass ich dich weine, lieber Reinhard. Ja, ich bin beeindruckt von deinem Commitment, deinen Entscheidungen und auch wie du deinen Alltag im Job und natürlich beruflichem Umfeld genauso wie im privaten Umfeld gestaltest, um dein Ziel zu erreichen. Und es ist doch so, die Entscheidung ist die einzige, die die richtige war, wenn du All-In gehen möchtest. Wenn es darum geht, sich zu sich selber wieder zu committen, sich selber wieder wertzuschätzen und das Ziel zu erreichen, sich energievoll, fit, kraftvoll und voller Lebensfreude zu fühlen, dann habe ich nur die Wahl, mich für mich zu entscheiden und dann die Herausforderungen zu meistern. Natürlich ist es nicht einfach, Zeit im Job zu finden für eine Gewohnheit, die ganz neu ist. Aber es lohnt sich, nicht wahr? Ich glaube, wir alle hier sind in der Lage, das Leben zu gestalten, das wir haben wollen, das wir uns wünschen. Also vergiss nicht, das bleibt deine Entscheidung. Du darfst sie wann immer treffen, wann es dir in den Kram passt. Und dann shine from within and transform your life. Das ist meine Botschaft. Greif in die Sterne und hol dir das Leben, das du dir schon immer gewünscht hast. Danke fürs Zuhören hier bei Einfach lebensfroh. Es ist mir jede Woche ein großes Vergnügen, zwei neue Folgen zu veröffentlichen und mit dir und anderen Menschen in Kontakt zu kommen, die genauso wie ich ihr Leben in die Hand nehmen wollen, um gesund, fit und selbstbewusst zu leben. Falls auch du daran interessiert bist, ein selbstbestimmtes und energievolles Leben zu führen, dann besuch mich auf www.ajb-healthfitness.com Schrägstrich quiz. Dort habe ich einen kleinen Test für dich vorbereitet, der dir zeigen wird, wo deine persönlichen Stärken liegen. Du wirst erkennen, was dir in deinem Leben leicht fällt und was du gleich sein lassen kannst und wie du deine Stärken nutzen kannst, um Tag für Tag dran zu bleiben. So, dass der vermeintliche Günther Acker-Schweinehund keine Chance mehr hat, dir dein Leben zu vermiesen. Ich kann dir versichern, es lohnt sich selbstbestimmt und voller Lebensfreude durch die Welt zu gehen. Bis gleich beim Quiz und nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, bis nächste Woche.